Kompressor-Kompressor-Kompressor-Kompressor Mit ca. 3,4 m³ geringerem Volumen und etwa 37% kleinerer Stellfläche als vergleichbare Kompressoren ermöglicht Ultima die Maximierung der Platzkapazität im Kompressorraum. Zwei Permanent-Magnetmotoren mit einem Wirkungsgrad besser als IE4 treiben elektronisch geregelt direkt und individuell die Niedrig- und Hochdruckstufe an. Das Ergebnis optimale Druckverhältnisse und eine beeindruckende Energieeinsparung von bis zu 13%. Bei Ultima Kompressor-Stationen werden keine Abluftkanäle benötigt, weil die gesamte Abwärme aller Komponenten intern gesammelt und über einen einzigen Kühlwasseraustritt abgeführt wird. Das hat zudem den Vorteil, dass ca. 12% mehr Wärme zurückgewonnen werden kann als bei vergleichbaren Anlagen. Ultima ist der leiseste ölfreie Kompressor seiner Klasse. Mit innovativen Schalldämmungs- und Isolationstechniken ist es gelungen, einen Schalldruckpegel von nur 69 dBA zu erreichen. Hochentwickelte Sensorik überwacht kontinuierlich die Leistung des Systems. In Verbindung mit dem Cloud-basierten Icon-Service von Compaire werden selbst geringste Veränderungen erkannt und ermöglichen proaktiv geplante Wartungen anstelle von reaktivem Service zu unpassenden Zeiten. Die in Deutschland entwickelten und produzierten Ultima-Kompressoren sind beispielhaft für eine lange Lebensdauer und hohe Wirtschaftlichkeit in einem modernen und enorm kompakten Design. Ultima – die Zukunft ölfreier Kompressortechnologie. ... Vielen Dank.